Herzlich Willkommen liebe Community und auch heute gibt es wieder ein Geschenk und zwar Türchen 17. Wir gucken hier mal was drin ist, aber keine Angst, euch wird es nicht so wie hier mir ergehen. So angekommen in der warmen Stube, auf geht es in die erste Etage. Die haben wir natürlich auch fast geschafft, dann geht es hier oben in die zweite. Heute machen wir die 17 auf, drei Türchen stehen noch vor uns und dann geht es auch schon nach oben. Let's go, ich wünsche allen viel, viel Glück. Und heute gibt es nochmal 10 Euro und zwar als Guthabenkarte, je nachdem was ihr braucht, schreibt es mir wieder in die Kommentare, damit ich dann ein leichtes habe, wenn ich den Gewinner auslose. Und ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen Tag, wir sehen uns dann morgen um dieselbe Zeit. Macht's gut, euer Orbito. Ciao, ciao.